Premium ist in diesem Jahr zum ersten Mal in Karpfam. Große Premiere. Frau Wurm, was gibt es bei Ihnen zu sehen? Hallo, bei uns dieses Jahr auf der Karpfam sieht man unser Modell Kronos. Es ist eine Kurzscheibenegge, was wir dieses Jahr in einem neuen Design und neue Ausstattung vorstellen möchten. Was gibt es Neues an der Maschine? Neues, wir haben die Durchlass zwischen der Scheibe und Rahmen vergrößert, was ermöglicht einfach schnellere und effiziente Arbeit auf dem Acker. Wo liegt die preislich? Also wir versuchen mit unserer Marke die Mitte des Marktes zu erobern. Also man bietet immer die Alternative für die ganz teureren Produkte, einfach den Kunden zu bieten. Wo werden die gebaut? Unser Werk ist in Polen, aber die ganzen Standards und Komponente sind deutschem Markt angepasst.